Kiyosch, alles ist an mir. Vorrechter, sehen wir uns mal um. Magistra Yayela ist schon länger Hüterin als die Trochessa oder der Großmeister. Und jetzt? Das ist einfach nicht gerecht. Ja? Bis zum Erscheinen dieses Chorex dachte ich, die Dinge entwickeln sich endlich zu unseren Gunsten. Der Siegelstein und dieses Leuchtfeuer. Aber ein Krieg mit Nerim ändert alles. Sie übertrumpfen uns in Manneskraft, Ausrüstung, einfach allem. Hoffen wir, dass die Mauernargs wirklich so widerstandsfähig sind, wie man sagt. Siehra! Siehra! Ja? Hm, nein. Das heißt doch, aber es sind nur Fragmente. Erinnerungsfetzen. Wie alles, was vor dem Aufwachen in dem Dorf passiert ist. Aber dennoch, als wir im Schloss waren, hatte ich die ganze Zeit so ein Gefühl. Ich schätze, jetzt weiß ich warum. Tja, da fragst du die Falsche. Bisher bist du ihr ja öfter begegnet als ich. Deinen Erzählungen und dem, was sie mit mir getan hat nach, macht es auf mich den Eindruck, als würde sie, ich weiß nicht, die Geschehnisse lenken, beeinflussen durch einzelne, verhältnismäßig kleine Eingriffe, wie der im Schloss, aber ich weiß es nicht. Nein, das heißt doch, aber es... Oh, Saira, bitte. Ich weiß, du meinst es nicht böse, aber um ehrlich zu sein, will ich darüber gar nicht nachdenken. Wenn das hier die Hohn der Zyklus vorüber ist, habe ich genug Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Tyras ist mein Vater und er wird es immer sein, ich... Al-Ghala, er... er hatte gute Absichten. Aber dennoch, er ist für das verantwortlich, was mit mir geschehen ist. Er hat dieses Etwas geschaffen. Ja, vermutlich tue ich das. Ich... ich weiß es nicht, Saira. Offen gestanden weiß ich gerade überhaupt nicht, was ich denken soll. Gib mir Zeit. Nicht unbedingt, nein. Natürlich, ich verstehe nun zumindest, woher es kommt und dass es nicht... Ich weiß nicht, nicht meine Schuld ist, dass es existiert. Aber es ist da und ich muss damit leben. Nichts kann das ändern. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, sie nach all der Zeit zu treffen. Ich wüsste nicht, was ich ihr sagen sollte. Wenn sie denn selbst noch lebt, hält sie mich mit Sicherheit für tot. Ich muss darüber nachdenken. Aber ich werde dir mitteilen, wenn ich zu einem Schluss gekommen bin. Danke. Danke. Das war's. 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 Das war's.